haha warte mich auch mal so was haben die noch so hier liegen kann ich ja irgendwie verkaufen denke ich mal alter ich hoffe ich kann da vorne vor oder weil ich will nicht wieder außen rumlatschen ganz vorsichtig alles gut gegangen so genau da kommt mein pferd aus der sträucher denn da rennt er gegen den zaun Kotzen die da rum ey Oh da hängen da ein paar Leute an Bieg doch da ab Junge Genau Na ok jetzt nicht mehr So wir sind endlich angekommen Oje das Lager scheint glaube ich Mann Ich drück immer die falsche Taste hier verdammt Ich drück immer eine kleine Schlacht So Oh Ich drück immer noch Oh nein Aber viele Soldaten haben seine Schild Besonders wenn er auf der verletzenden Seite war Wenn wir die Schilden allein finden Hassal fängt den Szent und führt uns den Bastion Komm schon Wann wir das machen Das besser Hat Ziele werden dir manchmal als Gebiet angezeigt Wenn die genau Position unbekannt ist Begib dich ins Mocken Ja ok Hätte ich jetzt nicht gewusst Leute Aber trotzdem danke für die Information So many courses When the war has just started Jo Alla ey Woll ich mal über mein anderes Schwert Wenn du Spuren findest nähere dich ihnen und drücke A um sie zu untersuchen Habe ich da aber schon alles gemacht? Wie du? Mach den da Nimm das Boah die weichen aber gut aus Das meine ey Ah Immer drauf auf den Ghoul Vor allem die halten irgendwie voll viel aus So dann versuchen wir auch kurz das hier So dann versuchen wir auch kurz das hier Dahinten ist noch ein Schild Ich hoffe das ist das Ich hoffe das ist das Ich hoffe das ist das Alter Feuerschwaan Igni Nur Nur... So, wo habe ich noch kein Schild... ...gesehen, also... ...das rot leuchtet. Ah, da vorne ist noch eins. Ah, das muss halt jetzt sein, kommt. Der sieht aber sehr verkugelt aus. Die Schild hat sich verletzt. Vielleicht ist es schwer zu erzählen, aber... ...wann das ist er? Ah, ja. Bastien war großartig. Der sieht es kleiner. Aber vielleicht ist es die Schild, die das gemacht hat. Oh je, der Arme. Renn, Junge! Hier! No favor, no. Ah, guter Wund. Aber es gibt noch mehr. Mein Lieutenant hat gesagt, dass wir auf die Kommandung entdecken. Ballista-bauten, auf der ganzen Welt. Und alles, was er sagte, war, ... 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 Der Kretan. Der Kretan. Stopp! Und er sitzt da, wenn er nichts hätte, haha, auch gut. Dein Bruder hat recht, ist es zu gefährlich, wenn er nicht wäre, wäre Bastian tot. Die Bruder hat recht, Bastian. Milfgardianer wissen, dass sie keine Verzüge sind. Sie leben mit ihren Verzüge. Eine Verzüge, die ein Verzüge ist. Oder sie helfen. Rosin, ich werde dir ein Essen. Und ein Herbalist. Du wirst sehen, in einer Woche oder zwei. Geh. Danke, Witcher. Dein Reward. Und die Gottes schützen dich. Mach's gut, Aldis. Tschüss. Mach's gut, VV. Komm her, Plötze. Komm, hup, hup. Hopp, hopp. So. Faster. Jo, da haben wir unsere nächste Quest absolviert. Das Ende war ein bisschen traurig. Schließe den Greifenauftrag ab, okay. Schatzsuche, ey. Ach du Scheiße. Kann ich doch nicht machen, ey. Stufe 6 da. Ich kann mal hier gucken, ob ich das krieg. Bereit, eine Portion des Trankschwollwurz. Und links abbiegen, rechts abbiegen, ei, ei, ei. So viele Kräuter hier und... Ich weiß nicht, brauche ich erstmal nicht. Meiner Meinung nach. Oh, falsch abgebogen, Kollege. Da ich hier ein Fragezeichen ist, geben wir auch direkt mal ein, was da los ist. Ein Silberschwert. Huch, war die falsche Taste. Da muss wirklich alles mit, was hier ist. Oh, cool. Keine Gegner, nur ein bisschen auf Schatzzjagd hier. Komm, da geh ich doch direkt mal hin. alter wenn ich b gedrückt halte dann schlägt doch ab du kleine affe du hast du keine handgranate der brennt ja die verbrennen hier die schweine ja da ist noch einer den locke ich jetzt erstmal raus jetzt ist er tot ja okay das cool gemacht da können sie wieder in ruhe beten ih ih so was haben wir denn da so feines ach du scheiße wie viel kräuter der ist das ein buch so jede menge zeug ich hab dich wahrscheinlich alles gar nicht okay obwohl vielleicht bräuchte doch irgendwann mal alles aber ich guck mal ganz kurz hier ähm obwohl so ich guck mal ganz kurz hier was ich äh vielleicht sogar nutzen kann okay zum vergleich ausgerüstet okay nicht schlecht ja gut das kann ich gleich verkaufen und das sieht nicht schlecht aus dann nehme ich direkt ausrüsten was ist das verbesserung wird in einer freien fassung der ausrüstung mach ich doch direkt wenn ich das hier schon hab ja oh ein neues schwert ist auch gut ach scheiße das hat auch so ein ding ist aber gut ist egal ist nicht so wichtig tauschen wir doch direkt so ja dann kann ich jetzt die sachen eigentlich direkt schon alle hier wieder verkaufen bei dem türen got anything interesting scheiße kann ich eigentlich verkaufen verdammt was ist das ok ehrschung von ausrüstung gegen schriffen ja hm alchemie ok zum herstellen eines gegenstands benötigst du die richtigen zutaten hier findest du eine beschreibung des gegenstandes den du herstellen kannst sind in der kategorien unterteilt ok dann gucke ich doch mal eben ah ok den tragen kann ich zwar schon gar nicht herstellen äh was ist das ok ok alkohol ja alkohol verdammt oh cool und beschleunigt die regeneration der vitalität wenn schaden erlitten wurde setzt regeneration der vitalität zwei sekunden lang aus drücke a ach komm mach ich doch einfach mal so tränke müssen im inventar ausgerüstet werden damit du sie im spiel einsetzen kannst ok ok wenn der elbium das inventar zu öffnen geht jetzt grad nicht auflegen ok ok halchemie handeln ok was ist das beschleunige ach so ach so das ist es glaube ich der trank jo was ist das beschleunige der ausdauer ok Ich denke mal, dass man auch hier das Fleisch, ja, vielleicht auch verzerrbares, ich denke mal, dass man das auch so, ich sag jetzt mal, roh fressen kann. Apfelsaft. Mach's gut. Das hat Pferd. Hallo. So, dann wollen wir mal weiter düsen, mit dem Porsche, ja. Versteh ich nicht, fand ich erst dunkel, jetzt wird es schon wieder dunkel, 19.17 Uhr haben wir. Oh, Quiz aktualisiert. Ach, egal, mach ich gleich. Ich glaube, das war das Viertel, wo ich da hin musste. Whoa, there, roach. Whoa, there, roach. Anyone home? Klopf, klopf. Must be out hunting. Aha. Das sieht so komisch aus, mit den Spuren, ja. Ah, da. Da haben wir den Klemmbouwer. Das hat fun.